Also, ich würde loslegen mit dem Fresh Ducks Duo. Das fand ich letztes Mal sehr, sehr, sehr cool. Bärenangriff im Camp. Trimax lässt Romatra im Stich. Sollen wir uns das mal anschauen zum Start? Ich glaube, das wäre richtig cool. Wen soll man anrufen? Denkt an Max. Ah, warte, 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 warte. Let's Hugo, Maxi, Nova, Otto, Rewe, Reefd. Okay. Wen soll man anrufen? Denkt an Max. Maxi mit Herz. Freimax, du bist dabei. Nerd in the Dirty, oha, ja, okay. Ich hab fast zu genau hier geguckt bei dem Bild, jawoll. Scheiße, drei Wochen kein Clash of Clans. Muss meine Freundin wieder übernehmen. Ich hab eine Free-to-Play-Challenge gegen Sebo. Passt das Handy in die Flasche? Nein, natürlich nicht. Ja, muss die Freundin. Erstens macht sie sich drei Wochen lang die ganze Zeit Sorgen. Und dann muss ich noch jeden Tag dreimal Clash of Clans spielen. Ja, ja, genau. Wird es Romatra auch geben? Gab's Romatra schon mal in einem Fresh-Tags-Duo? Ich denke, das passt so. Du sagst es. Alles klar, dann euch noch einen schönen Tag, ne? Tschüssi. Tschüssi. Ich feier das ja echt ab, was die da zusammen basteln, oder? Ich feier es wirklich. Romatra, finde ich, haben sie richtig gut getroffen. Erkennt man ja wohl sofort. Max, finde ich, ist da ein bisschen zu schlank dargestellt. Der ist ja auch kräftig geworden. Hallo, Romatra? Wir müssen los. Beeil' dich. Ja, ich beeil' mich übel. Ich bin übel am beeilen. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Oh, ich habe eine Idee. Warte mal. Jetzt geht's los. Let's go, Alter. Guck mal, wie beschissen ich auch mit dem Anhänger. Wollen wir ein Rennen machen? Ich hab's vielleicht geschafft. Guck mal, da vorne ist das Ziel. Jo, ich bin schneller als du. Was? Ja, ich... Guck mal, ich fahr die gleich hinten rein. Wie geil ist denn das mitgemacht? Oh, Kanada, Madeira, Berlin City. Wo warst du? Ich bin in den falschen Gang, sorry. Oh, ja, jetzt fährst du mir weg, Alter. So, Max, guck mal, wir haben's geschafft. Alter, ist das voll! Ach, du Scheiße. Hier kommt... So, die Gates einchecken. Jawohl, 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 jawohl. Ach so, die anderen erkennt... Ah, doch, die Naturensöhne. Aber das können doch nicht die beiden powerfahren. Okay, wir schauen mal rein, wir schauen mal rein. Kommst du doch niemals durch. Spuren. Spuren? Hat doch Fritz auch gut getroffen. Er käme natürlich sofort an der Kappe. Das stimmt. Cool, cool, cool. Die sind ziemlich groß. Ich würde aus dem Bauhaus behaupten, das ist Wolf. Wolf ist kein Problem. Moin, moin. Was geht? Moin. Was macht ihr denn hier? Der ist ja alleine. Romatra? Wo ist denn der hin jetzt? Achtung, Achtung. Attention. Es ist so cool gemacht. Oh. Trimax sucht seinen Freund Romatra. Das bin ich, hallo. Wenn ihr wissen wollt, wie wir das gebaut haben, dann bleibt dabei! Oh Mann. Ich dachte gerade auf seinem T-Shirt steht Hurensöhne drauf. Hahaha. Genau, das andere haben wir jetzt nur gemacht, weil der Verschnitt da war. Ja, das haben wir jetzt nur gemacht, weil der Verschnitt da war. Okay, mit dem muss ich dann zwei Wochen klarkommen. Äh, ja. Erst mal Rückmuss finden, ne? Ja. Die ist cool. Das fetzt. Digga, das frisst sich da rein. Hopp! Ja, moin. Und schön auf Dominik drauf. Schatten Romatra und ich schon, ich habe erst einen Tag. Die spielen nicht Survival-Mode, das ist Creative-Mode grad, was die machen. Andi, ich würde jetzt mal vorschlagen. Andi, ich würde vorschlagen. Die bauen auch wieder so eine richtige Hütte. Da bin ich mal sehr gespannt, übrigens, auf die Naturensöhne. Ich wette, die zimmern was dahin. Also, da muss man ja sagen, es dürfte das erste Mal sein, dass Fritz Konkurrenz bekommt, was den Bau angeht. Oder? Was meint ihr? Auf jeden Fall. Digga, Berliner Eggs sind so geil. Das sieht bei denen viel zu einfach aus. Und da habe ich Angst vor, dass Romatra dann denkt, dass wir beide das genauso hinkriegen. Mordele Trimax hier. Ein neues... Max! Max! Das ist er, oder? Ist das Romatra? Vor allem bin ich mal gespannt auch... Ich meine, ein bisschen was weiß ich ja schon, was die Jungs an Klamotten alle mitnehmen. Wir hatten jetzt einen Stream. Da wollte ich ja nachher heute gerne nochmal mit euch rein, tatsächlich. Die Sachen vom Stream anschauen. Von... Was haben wir noch heute überhaupt? Dienstag. Von... Gestern sogar noch. Ja, gestern sogar noch. Max, hilf mir. Du musst mich, du musst mich... Romatra... Ich schaff's hier nicht raus. Ich hab dich eine Sekunde alleine gelassen. Romatra ist komplett im Matsch weggesunken. Der hat den Unfall. Der ist richtig sauer. Guckt ihr mal, wie sauer der ist. Der redet nicht mehr. Aber stellt euch vor, das passiert uns am ersten Tag. Wie konnte das denn passieren? Der ist einfach in den Sumpf reingefallen. Ich würde sagen, wir gehen mal in ein paar Hard Facts. Hör zu! Also hier sieht man schon mal kein klares, frisches Süßwasser. Es gibt Flüsse, es gibt wie gesagt auch Küstenregionen, Berge, Felsen. Viele Sachen kann man nicht vorhersagen. Man hat mal irgendwie eine warme Periode, mal eine kalte Periode. Mein Freund immer die gleiche Periode und zwar die schlecht gelaunte Periode! Welches Tier nicht vor Ort beim Scouting gesehen worden ist. Es gab auch keine Spuren, aber laut Locals ist... Das sieht so lustig aus, weil die Oberkörper einfach so riesig groß gezeichnet sind, oder? Gerrit und André. Sascha sieht auch irgendwie schwer verzeichnet aus. Aber mega gemacht! Ach guck mal, Maddin soll das sein. Genau, Maddin mit dem Helm auf. Den wir hier beim Ocean Warrior oder bei den anderen Sachen dabei hatten. Wer? Ja, wer? Ist der gefürchtete Puma. Das kann sein. Ich dachte, das ist so ein Witz. Ich würde jetzt mal spontan behaupten, die sind alles schneller als Dominik. Und wenn man einfach mal Berglöwe bzw. Puma bei Google eingibt, gibt es tatsächlich diese Funktion, dass man sich den Sound abspielen lassen kann. Bin der Hosenscheißer. Wieso? Unser Gizmo. Der hat etwa mehr Zähne in der Lapp. So ein kleiner Schiwawa auch. Der macht genauso, wenn du mit der Hand hingehst. Bro, kann man noch absagen? Aber Katzen mögen mich. Mit Katzen habe ich kein Problem. Katzen lieben mich. Geheimtipp? Laserpointer mit in die Flasche. Was soll das denn sein? Digga, das ist doch wieder ins... Mom. Wir gucken weiter, Ruhe. Die haben gerade deren erste Besprechung. Ich habe echt schon echt viel Geld ausgegeben, Max. Da müssen wir irgendwie ein bisschen Hälfte-Hälfte machen. Ich habe schon die Flasche gekauft. Wir machen nicht Hälfte-Hälfte. Es geht komplett auf mich. Ich habe locker jetzt schon 200 Euro ausgegeben. Digga, das ist Sam vs. Wild. Da kannst du ja wohl mehr als 200 Euro in die Vorbereitung... Das haben wir uns letztes Mal auch gemeinsam angeschaut. Wo, ähm... Genau. Max im Stream darüber aufgeregt... Oder im Video darüber aufgeregt hat. War aufgeregt. Aber... 200 Euro für Sam vs. Wild. Guck mal. Digga, was ist das? Ich habe Angst. Sorry. Das war echt sorry. Das finde ich ja cool. Die machen die Integration oder die Werbung wirklich cool für Ikea. Das kann man echt durchlaufen lassen. Finde ich einfach klasse, oder? Ich bin Leon der Held und gemeinsam mit meiner Ikea Tasche... Äh... Warte mal. Wo ist die? Ich bräuchte noch mal einen kleinen Moment. Tieter Bär. Ich bin Leon der Held und gemeinsam mit meiner Ikea Tasche bin ich hier um dich zu retten. Und wenn schon. Ich bin ein Grizzly Bär. Wär's wer ist denn... Die Stimme. Kennt man den? Was kannst du schon anstellen? Grizzly Bär? Ich glaube eher, du bist ein Schmuselbär. Nimm... Das! Ich bin verloren. Er kennt meine Schwäche. Ich kann kaum widerstehen. Ich lass es mir nicht anmerken. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Denkst du das war schon alles? Jetzt gebe ich dir den Rest! Wie cool die Jungs einfach Werbung machen, oder? Das ist... Also die Integration... Es fällt einem überhaupt nicht auf. Es ist einfach super unterhaltsam. Und deswegen habe ich immer meine Ikea Tasche dabei. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar die Kleidung. Ich trage ab und zu zu Hause ein BH. Jetzt ist es raus. Ja? Darauf möchte ich gerne bestehen. LGBTQ. Im Endeffekt bleibt es da gleich wie in Staffel 1. Als Frau darf natürlich noch ein bügelloser BH dazu eingepackt werden. Dann kann ich doch als Mann auch noch zusätzlich mitnehmen, oder? Warum nicht? Ich fühle mich so, Fritz! Ich nehme BH mit für meine Titten und ich nehme eine verdammte lange Unterhose mit! Ich brauche es gesundheitstechnisch! Ich brauche es! Ich brauche es! Hier wird alles wund, wenn ich laufe! Für mich ist das irgendwie ein bisschen Kindergarten, sage ich ganz ehrlich. Sorry, ihr kennt mich, das kann mir passieren. Jetzt habe ich mal noch eine Frage. In was schlafe ich? In dem Ding? Nö, Knossi, du kannst dir gerne noch ein Pyjama mitnehmen und noch ein kleines Kopfkissen und ein kleines Schnuffi kuscheltier. Die Regeln wieder viel zu schwach. Sag ich dir, wie es ist, Fritz? Moin Leute, Trimixier. Das habe ich gemacht, weil du gerade auf Aufnahe starten gedrückt hast. Du, das machst du seit 6 Jahren. Ist das dein Gig? Ich habe mich mit Outdoor-Sven unterhalten. Also ich habe eine Stunde mit dem telefoniert, glaube ich. Alter, gut gemacht, Romart. Ich bin begeistert. Chlorgear Leo Köhler Helikontext. Alles gute Marken. Kannst du dir merken? Das sind alles tolle Fachbegriffe. Sagt mir nichts, aber finde ich toll. Die klingen auch gut, die Marken. Das muss man wirklich sagen. Und ich finde es beeindruckend, wie die beiden sich vorbereitet haben. Wir gehen ja nachher mal rein in das Stream, den wir hatten am Wochenende. Also... Ey, das, was die Jungs nicht viel von der Arbeit machen. Warum fresh sagst du? Alter, wir haben mehr Vorbereitung als von meinem Platz und Rezma bisher. Ja, sowieso. Hey Jungs, wie geht's euch? Grüße. Alles fresh in der Hood? Hat mit Survivor jetzt überhaupt nichts zu tun. Ähm... Ich mache gerade E-Mails. Ey, jetzt aber mal nicht quatschen. Los jetzt, komm. Okay, ich komme mit. Okay, ich komme mit, aber ich muss noch kurz duschen gehen, okay? Dann lass das einfach, echt. Dann nehmen wir, ähm, entweder zwei Komponenten-Kleber. Oder ein Komponenten-Kleber, je nachdem was besser funktioniert. Das probieren wir aus. Bro, was willst du mitnehmen? Digga, was? Er nimmt jetzt zweimal Blech mit unten Kleber? Das ist die Größe von dem Kleber. Das ist die Größe von dem Kleber. Wir werden ausgelassen. Das Blech haben wir ausprobiert. Ich denke mal, wir sehen das dann nachher in dem Video. Ich muss sagen, geile Idee. Von anderen Kandidaten. Das nimmt unten keinen Platz weg. Dann knicken wir das hier, hier und hier und kleben es da drauf. Eine Bastelstunde mit Romatra, Alter. Ah, geil. Da staunt selbst der Bär, wenn die losbasteln. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und, alles klar? Mir geht's ganz schlecht. Die Mama. Och, wie gut. Ja, das ist scheiße. Warum erwarten das alle von mir? Darf ich nicht abbrechen? Sag ab, sag deinem Kind geht's nicht gut. Oh Gott. Hallo Fritz, hier ist Knossi seine Mutter. Scheiße, 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 scheiße. Das ist mit Alaska, das geht gar nicht. Das ist viel zu gefährlich für meinen Junge. Das tut mir leid, dafür möchte ich mich entschuldigen. Er ist krank und er hat durchfallen, erbrechen. Also, es geht ihm wirklich nicht gut. Verstehst du das? Ja? Ja, wenn es ihm wieder besser geht, würde ich das dir persönlich sagen. Alles Gute. Ja, ich sag's ihm also dann. Mach's gut. Tschüss. Ja, ich habe eine tolle Mama, gell? Ich liebe dich sehr und schlapp. Das ist auch einfach süß, wie Jens mit seiner Mama ist, oder? Die ist einfach nur ein Zuckerstückchen schön. Geh jetzt mal schön duschen. Wasch dich mal. Ja, ist schon leicht süßlich gerochen. Ich möchte, dass wir professionell an die Sache rangehen müssen. Also, dass wir als Kollegen da rangehen und nicht als Freunde, okay? Du darfst nicht wie der, wenn wir uns aneinander kuscheln werden. Dann hau ich die eine rein. Doch, wir werden kuscheln. Och, fuck. Du kannst nicht einfach so, wir müssen kuscheln in den Raum stellen. Wir berühren uns die ganze Nacht, zwei Wochen lang. Bei der einen Variante müssen wir Löffelchen machen, bei der anderen Variante könnte es sein, dass du dich halt ein bisschen so zusammenknustern musst, ne? Zusammenknustern. Okay, okay, okay. Zusammenknustern. Oh, wie super. Ich finde, die Jungs haben das einfach so gut gemacht, oder? Also. Die sind einfach echt der Knaller. Ich mag die wirklich. Ich mag die wirklich, was die da mit wirklich Witz und auch noch Niveau dabei. Ich finde es gut. Ich finde es richtig gut, wie sie es machen. Ja.